Hallo aus Essen, herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von von der Hafenstraße, unser RWE Videotalk. Spannende Entwicklung in Essen, gestern der große Paukenschlag, Watz und Reviersport haben es exklusiv berichtet, Markus Ulich verlässt den Verein spätestens im Sommer, Rot-Weiß-Essen hat das heute bestätigt und nicht nur Markus Ulich geht, auch Finanzvorstand Sascha Peljan verlässt den Verein. Wir wollen das Ganze heute einordnen, gucken was hat das für Auswirkungen für Rot-Weiß-Essen, müssen die Fans sich Sorgen machen, all das wollen wir heute besprechen. Dafür an meiner Seite Christian Wotzniak, der auch gestern darüber berichtet hat, wir gehen gleich näher darauf ein. Vielleicht direkt die Anmerkung, wir lassen zwar den Timer mitlaufen, 19 Uhr 7 Minuten, wollen uns aber nicht so strikt dann halten, falls wir irgendwie mehr zu bequatschen haben, wichtiges Thema. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ja, Wotzi, das kam gestern für sehr viele Fans, so haben wir es in den Kommentaren und auch E-Mails rauslesen können, sehr, sehr überraschend. Markus Ulich, Vorstandschef, geht spätestens im Sommer. Wie war es für dich? War es für dich auch überraschend? Ja, überraschend ja nicht, weil ich das ein bisschen vorher wusste, ein paar Tage vorher, aber bis zu dem Tag, bevor das an mich herankam, bevor die Informationen immer dichter wurden, besser wurden und mehr wurden, war es doch für mich überraschend, zumindest der Zeitpunkt, der aktuelle Zeitpunkt, Ende Februar, dass das rauskommt, weil ja, dieses Thema gab es ja schon mal nach der verheerenden Jahreshauptversammlung für Markus Ulich, für Rot-Weiß-Essen, aber auch für Markus Ulich als den Vorstandskopf, dieser Minus, das Minus von 3,2 Millionen, das einfach auch aus dem Nichts kam, unvorbereitet, schlecht kommuniziert, der Verlauf der JHV, da hat Markus Ulich so zum ersten Mal richtig bei Rot-Weiß-Essen den Gegenwind zu spüren bekommen, dass es auch wirklich unangenehm werden kann und ja, nach meinen Informationen stand das schon sein Aus im Sommer 2023 zur Debatte, aber letztendlich, ja, hat man sich dazu gerungen, da nochmal die Zusammenarbeit fortzusetzen und es ist jetzt gut gegangen. Der sportliche Erfolg hat natürlich jetzt auch vieles so überdeckt und keiner hat mehr eigentlich so über den Aufsichtsrat, über den Vorstand gesprochen, er war hier, hilf mir mal kurz auf den Sprung, ich glaube Anfang Dezember, war das der 1. Dezember sogar, hier zu Gast im Funke Talk, da hat man ihm auch nochmal die Frage gestellt, wie sieht er denn seine Zukunft, er hat gesagt, er ist wieder voller Elan, voller Tatendrag, recht optimistisch, wie ich jetzt so aus den ganzen Recherchen erfahren habe, hat Markus Ulich eigentlich für sich schon, ja, Mitte Januar beschlossen, dass es vorbei ist, jetzt einen Monat später wird es dann offiziell und ja, die Gründe liegen eigentlich auf der Hand. Es war immer ein offenes Geheimnis, dass das Verhältnis zwischen Aufsichtsrat und Vorstand, über das Wörtchen kann man sich streiten, André Helf sagt, es ist mitnichten zerrüttet gewesen oder ist zerrüttet, ob es zerrüttet ist, angespannt, nicht gut, nicht so wie es sein sollte, kann man sich darüber streiten, aber Fakt ist, dass das eine Entscheidung ist, des Vorstands, des bisher Zweiköpfigen, aber in Zukunft wird es auch Zweiköpfe geben, Ulich, Pellian, kurzum, salopp gesagt, die kommen nicht mehr mit dem Aufsichtsrat. Klar, können ihre Ideen nicht so umsetzen, wie sie wollen, der Aufsichtsrat steuert dagegen, hat andere Ideen, das Ergebnis, jemand muss gehen, in dem Fall der Vorstand. Wobei man ja sagen muss, Sascha Pellian bleibt dem Verein insofern erhalten, als Sponsor, das war ja auch vorher schon, bevor er Finanzvorstand wurde, das bleibt wahrscheinlich so. Genau, das bleibt so, er wird den Verein weiterhin unterstützen, als Sponsor und ja, auch als Fan, das gilt auch für Markus Ulich und zu Sascha Pellian würde ich sagen, ja, er hat das jetzt ehrenamtlich gemacht. Er war ja auch im Vergleich zu Markus Ulich eher der Mann im Hintergrund. Ja, im Hintergrund, vielleicht viele RW-Fans, übertrieben gesagt, kennen gar nicht das Gesicht oder können das Gesicht gar nicht einordnen zu der Person Sascha Pellian, weil der war da wirklich still im Hintergrund, aber sehr wichtig, er hat vieles in die richtigen Bahnen gelenkt und nach meinen Informationen hatte er noch wirklich sehr viele Ideen, aber er stößt da an Grenzen und seine Ideen werden nicht von jedermann gut geheißen im Aufsichtsrat und deshalb sagt er auch und solidarisiert sich so ein bisschen vielleicht auch mit seinem Freund, muss man mittlerweile sagen, denn das Verhältnis zwischen Ulich und Pellian ist mittlerweile nicht mehr kollegial, professionell, sondern freundschaftlich, natürlich auch professionell, das eine schließt das andere nicht aus, aber sie sind Freunde geworden und ich glaube, Pellian hat sich gesagt, wenn ich unter meinem Vertrauten Markus Ulich nicht mehr arbeiten kann, dann lasse ich es sein, werde Fan sein, mache weiter als Sponsor und Pellian hat ja im Dezember wieder sein Modelabel Nacetano auf den Markt gebracht, hat da neue Projekte und ihm wird nicht langweilig. Du hast gerade schon das Verhältnis Aufsichtsrat Vorstand angesprochen, nun hat sich ja Helft gestern ja auch direkt, war es gestern heute, gestern Abend, ja genau, gestern Abend noch an die Fans gewendet und mit einer Mitteilung und gesagt, keiner muss sich Sorgen machen, deswegen die Frage an dich, müssen RWE-Fans sich jetzt Sorgen machen, weil man hat das Gefühl, diese starke Figur Markus Ulich ist jetzt weg, es gibt wildeste Gerüchte um Abgänge von Scharpiner Götze, anderen Leistungsträgern, was hat das jetzt für Auswirkungen? Ich meine, wie schätzt du das ein? In den heutigen Zeiten sollte man mit dem Wort, das ich jetzt gleich wähle, vorsichtig sein, nichtsdestotrotz, ich sage mal, sportliche Bomben, in der Welt gibt es genügend davon, die wir nicht brauchen, aber das war gestern so eine sportliche Bombe, ja, die einfach so das ganze Umfeld, ja, in Hysterie gebracht hat, in Unglauben und ja, deshalb hat sich auch Helft dann proaktiv gemeldet, sie hätten auch abwarten können bis heute, bis die offizielle Mitteilung war, aber gut weiß war das dann scheinbar einfach zu viel des Guten, die drei Meldungen, Ulich weg, Peljan weg, Nachfolger Pfeiffer kommt und in den sozialen Medien, ja, da brach wirklich eine Hysterie aus und das, was du gerade angesprochen hast, Götze, Scharpiner, Harenbrock etc., also das würde ich sagen, haltet mal alle den Ball flach, da ist nichts Wahres dran, nach meiner Information, da hat jetzt einfach jemand so einen Ball ins Rollen gebracht und das ist alles jetzt völlig überdreht gewesen, deshalb hat sich Helft geäußert, ich finde es aber interessant, dass sich andere Helft, ja, der hat sich natürlich geäußert, um das Lager zu beruhigen, das rot-weiße Lager, aber meines Erachtens nach, so interpretiere ich das, sich auch zu rechtfertigen und das ging ihm dann wahrscheinlich, ja, nicht schnell genug, er konnte nicht mehr die Nacht abwarten und die Pressemitteilung, die gegen 10.45 Uhr am Tag danach verschickt wurde, abwarten, sondern sagte, ich habe jetzt das Bedürfnis mal klarzustellen, Verhältnis ist nicht zerrüttet etc. Herr Helft wird auch wissen, wie ich gerade schon gesagt habe, über das Wort zerrüttet kann man streiten, aber er wird mir sicherlich recht geben, dass es einfach nicht das Beste war, sagt er auch quasi in dem Satz, wo er sagt, ja, in welchem Verein, in welcher Firma, ja, es gibt immer Reibungspunkte etc., aber Fakt ist und das ist einfach so, dass der Vorstand mit seinen Ideen nicht mehr beim Aufsichtsrat weiterkam, sie nicht mehr realisieren konnte, die einen wollen das, die anderen das, den einen geht das nicht zu schnell genug, die anderen sagen, ja, bleib doch mal ruhig etc. und deshalb das aus. Glaubst du, dass es da auch so Themen wie, also wir haben in den letzten Wochen hier im Talk oft über den Etat, auch für die nächste Saison gesprochen, geht man ans Risiko, muss man den Etat eigentlich deutlich erhöhen, wenn man diese Leistung bestätigen will oder den Aufstieg dann schaffen will, sollten sie es diese Saison nicht mehr schaffen. Glaubst du, es geht da auch um solche Themen? Natürlich, im Leben geht es und in so Firmen, Vereinen, um was geht es meistens? Viel ums Geld. Und natürlich, die Infos, die unsere Redaktion hat, sind einfach die, dass der Vorstand vielleicht mehr ins Risiko, das vielleicht kann man streichen, gerne mehr ins Risiko gegangen wäre, der Aufsichtsrat auch natürlich aufgrund der verheerenden Zahlen bei der Jahreshauptversammlung drückt da eher auf die Bremse oder sagt, ist überhaupt nicht dafür, Bremse ist da vielleicht noch die leichte Version ausgedrückt. Eigentlich sind die da, sagen so nach dem Motto, so wie das jetzt läuft, ist da alles gut, wozu? Aber man kann ja auch, weil es eben so gut läuft, wer weiß, wann er wieder so eine Chance erhält, da oben anzuklopfen. Es ist ja nicht garantiert, dass die dieses Jahr oben sportlich mitspielen, dass die nächstes Jahr auch wieder oben mitspielen werden. Vielleicht muss man jetzt die Chance wahrnehmen und mehr ins Risiko gehen. Okay, das Transferfenster ist jetzt vorbei. Aber solche Dinge haben auch, haben da natürlich auch eine große Rolle gespielt. Glaubst du, dass diese Entscheidung jetzt zu diesem Zeitpunkt nochmal so eine Unruhe reinbringt? Viele Kommentare waren jetzt auf diese Meldung auch, warum können wir nicht endlich mal Ruhe haben? RWE ist ein sehr emotionaler Verein, da geht es schnell auf und ab. Das ist manchmal ins Positive, manchmal ins Negative. Jetzt läuft es sportlich gerade eigentlich gut. Man hat den Klassenerhalt geschafft. Alles jetzt ist Bonus, was noch kommt. Und jetzt wieder so eine Nachricht. Hast du das Gefühl, das bringt jetzt nochmal so Unruhe in die Hafenstraße? Ich glaube, das legt sich schnell. Also natürlich ist das ein Thema bei allen RWE-Fans, auch in der Mannschaft. Aber bei den RWE-Fans sicherlich mehr als in der Mannschaft. Die Mannschaft wird das wahrnehmen. Die Spieler werden sicherlich angesprochen. Müssen sich vielleicht, müssen nicht, aber die werden vielleicht danach gefragt, was ist denn da wirklich los, warum geht der etc.? Klar, das kommt schon an die Spieler heran. Aber letztendlich ist so eine Personalentscheidung im Vorstand, im Aufsichtsrat, finde ich für die Mannschaft sportlich gesehen, ja, von einer viel geringeren Priorität, als wenn es jetzt um den Sportchef geht, mit dem man tagtäglich zu tun hat. Oder ganz zu schweigen vom Trainer, sowieso eine ganz andere Nummer. Und deshalb denke ich, also das ist definitiv jetzt gar kein Alibi, sollte nicht sein, darf nicht sein. Klar ist Markus Ulich, da eine ganz besondere Person, weil er sechs Jahre bei Rot-Weiß-Essen im Amt ist, mehr als sechs Jahre, war natürlich auch bei vielen Vertragsgesprächen bei Spielern dabei etc. Trotzdem ist er im operativen Geschäft und nicht in diesem täglichen sportlichen Geschäft. Also kein Thema in den Köpfen, auch im Hinblick auf das Spiel gegen Unterhaching. Und es ist am Anfang der Woche passiert, das schüttelt die Jungs einmal und dann ist es auch gut. Am Samstag ist das Spiel und sollte null Einfluss haben. Ich bin gespannt, was am Samstag passiert an der Hafenstraße. Meine persönliche Meinung ist, dass sich schon Markus Ulich, Sascha Pellian auch, aber vor allen Dingen Markus Ulich durchaus positive Bekundungen verdient hätte. Er ist der Mann, der Rot-Weiß-Essen in die vierte Liga gebracht hat, in die dritte Liga, Entschuldigung, in die dritte Liga aus der vierten, auch wenn das erst im vierten Anlauf gelungen ist, aber trotzdem. Das bleibt hängen im Endeffekt. Das bleibt hängen nach mehr als einem Jahrzehnt und er hat da, glaube ich, schon Applaus für verdient, für sein Vermächtnis. Ja genau, das wäre jetzt auch meine Frage. Was hinterlässt Ulich in Essen? Ja, ein Vermächtnis, das hat der Kollege Christian Brausch im Reviersportkommentar, finde ich, auf den Punkt gebracht. Sehr lesenswert übrigens. Und darunter könnte ich mich auch unterschreiben. Der Meinung bin ich auch. Er hinterlässt ein Vermächtnis und das hat er sich verdient mit akribischer Arbeit, mit Leidenschaft, mit viel Herz, mit Schweiß und alles, was dazu gehört. Denn Markus Ulich war kein normaler, war, ist immer noch, ist noch im Amt, ist kein normaler Vorstandschef. Rot-Weiß, er war seit Kindesbeinen, ist, muss ich auch wieder beim Ist bleiben, ist seit Kindesbeinen Fan von Rot-Weiß-Essen. Er hat sich mit dem Job bei Rot-Weiß-Essen etwas erfüllt, einen Traum. Und dieser Traum ging weiter. Er wollte diesen Traum aus der Regionalliga in die dritte Liga und vielleicht sogar in die zweite Liga realisieren. Und er als Kopf dieses Vereins. Und das hat er geschafft, zweite Liga jetzt noch nicht, aber wer weiß, vielleicht am Ende der Saison kann er sich das sogar irgendwo in seine Vita reinschreiben, dass er damit gewirkt hat. Und wird ja sicherlich auch häufiger noch an der Hafenstraße vorbeischauen, hat er auch gesagt. Natürlich. Und ich glaube natürlich jetzt, das war jetzt alles das Positive, natürlich bleiben auch negative Sachen haften, vor allen Dingen diese Jahreshauptversammlung. Das wiederhole ich jetzt, glaube ich, zum dritten Mal. Ohne die, wenn da die Zahlen wirklich positiv gewesen wären, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass Markus Ullich ja wirklich bei RWE zu so einer Präsidentenlegende geworden wäre. Und er wäre und es hätte auch diesen Abschied gestern und heute nicht gegeben. Aber das alles spielt natürlich eine Rolle, weil bei deiner zweiten Frage, warum das Vertrauen zwischen Aufsichtsrat und Vorstand ist natürlich nach diesen verheerenden Zahlen auch nicht mehr gegeben, war nicht mehr gegeben, was ja auch verständlich ist. Markus Ullich hat den Kopf dafür hingehalten. Und es ist doch klar, dass in Zukunft, in allen zukünftigen Aktivitäten, Geschäften, hat man ihm sicherlich ein bisschen mehr auf die Finger geschaut, was natürlich dann auch einem nicht gefällt, wenn man persönlich davon betroffen ist. Aber sicherlich kann man das auch verstehen. Er ist Profi genug. Aber das alles spielt dann eine Rolle. Er kann sich sicherlich nicht mehr so entfalten wie vorher. Ja. Weißt du mehr zu seiner Zukunft? Also ich meine, bis spätestens zum Sommer bleibt er noch im Amt? Weißt du, gibt es danach Pläne? Gab es Angebote? Weißt du da mehr drüber? Kannst du das ein bisschen einordnen? Oder was glaubst du, wo sehen wir ihn in Zukunft, in den nächsten Jahren oder wie auch immer? Was könntest du dir vorstellen? Also ohne es jetzt zu wissen, lege ich mich fest, dass Markus Ullich nicht bis zum 30.06. sein Amt ausüben wird, weil das geht jetzt alles so schnell. Am 1.3. ist Herr Pfeiffer da, offiziell, wahrscheinlich aber schon ab heute inoffiziell, wird eingearbeitet. Er ist auch Profi und so eine lange Einarbeitungszeit von dreieinhalb Monaten wird er nicht benötigen. Und irgendwann ist dann auch ein Markus Ullich, sage ich mal, fehl am Platz, wenn der neue Mann da ist und alles einen Überblick hat über den ganzen Laden. Ja, deshalb wird er den Verein sicherlich auch früher verlassen. Und um seine Zukunft denke ich nicht, dass er sich Sorgen machen muss in diesem Geschäft. Ja, er hat gute Leistungen bei RWE gebracht, Erfolg gehabt, wie wir gerade schon gesagt haben oder ich gesagt habe. Und er wird sich eine Auszeit nehmen, sicherlich, wie man so schön sagt, Akku aufladen. Rot-Weiß Essen war kein normaler Verein für ihn, kein normaler Arbeitgeber. Es waren ja auch anstrengende Zeiten. Anstrengende Zeiten, alles. Natürlich, ein bisschen frei werden im Kopf, vielleicht mal einen schönen, ausgiebigen Urlaub machen. Das weiß ich auch, dass er in den sechs Jahren kaum Urlaub hatte. Mal vielleicht eine Woche weg, aber wirklich, ja, er hat seinen Job geliebt. Und ja, der wird in dieser Branche irgendwo zu finden sein. Ob es bei einem Verein sein wird, weiß ich nicht. Vielleicht bei einem Verband, da gibt es mehrere Optionen. Aber was ich gerne hier noch betone, er war jetzt bei Arminia Bielefeld und bei Rot-Weiß Essen, hat da Aufstiege gefeiert. Arminia Bielefeld, Bielefeld, seine Heimatstadt, dort hat er lange gelebt. Die Arminia auch, natürlich ein besonderes Verhältnis für ihn. Besonderer Klub, Rot-Weiß Essen, Herzensklub, von Kindesbein ein Fan. Einen dritten solchen Arbeitgeber wird er nicht mehr finden. Beim nächsten Verein wird er mit der nötigen Distanz arbeiten, sage ich mal, was sein Herz angeht. Denkis, seine Leidenschaft nicht, weil der liebt den Fußball, der liebt das Geschäft. Aber trotzdem, natürlich zu Vereinen wie Bielefeld oder Rot-Weiß Essen, hat er dann auch mal ganz andere persönliche Sympathien. Bevor wir bei den Nachfolger sprechen, du hast ihn gerade schon angesprochen, Marc-Nikolaj Pfeiffer, genau, mit IMF, Pfeiffer mit IMF, kommt. Noch eine letzte Frage, jetzt hat ja letzte Woche erst Trainer Dabrowski verlängert. Das war auch eine besondere Personalie, wir haben lange darauf gewartet. Inwiefern hing das auch mit, oder dass es so lange gedauert hat? Kann das sein, dass das auch mit dieser Ulich-Entscheidung zusammenhing, weil die beiden auch ein besonderes Verhältnis hatten. Ulich hat Dabrowski ganz auf den Rücken gestärkt, auch als es nicht so gut aussah. Inwieweit hängt das zusammen? Wusste Dabrowski davon? Also es sind viele Mutmaßungen, aber wie schätzt du das ein? Das kann nicht sein, das war so, nach meinen Informationen, dass sich Christoph Dabrowski, nachdem er erfahren hat, Mitte, Ende Januar von Markus Ulich, dass es das für ihn war bei Rot-Weiß Hessen, spätestens am Saisonende, musste er es mal sacken lassen, war schon bei RWE, war schon mit den RWE-Verantwortlichen in den Vertragsgesprächen, aber er hat sich danach noch ein bisschen mehr Bedenkzeit gegeben und erbeten, weil natürlich, das ist sein Vertrauter gewesen, der Vertraute, der, in Versalien kann man das so stehen lassen, weil ohne Markus Ulich wäre Christoph Dabrowski heute nicht mehr Trainer von Rot-Weiß Hessen. Da musste Markus Ulich um Christoph Dabrowski in der schweren Zeit, als es so viel Gegenwind und Antipathie gegen den Trainer, vor allen Dingen aus der Kurve gab, natürlich dem widerstehen und hat gesagt, das ist unser Trainer, das ist den, den wir geholt haben, alle zusammen, ich weiß auch, dass da auch im Aufsichtsrat nicht alle der Meinung waren, dass Christoph Dabrowski in der schweren Zeit noch der richtige Mann ist. Auch die Fans nicht, muss man auch sagen, ja. Und es gab auch Stimmen, nochmal aus dem Aufsichtsrat hörte ich, dass man sich zum Saisonende von Dabrowski trennen sollte, Klassenhalt geschafft, Niederrhein-Pokal gewonnen, aber das war es, mit dem können wir nicht weiter, Ulich war da anderer Meinung, wurde in dieser Meinung, ja, hat sich durchgesetzt und wurde dafür auch belohnt, was ja auch in diesem Geschäft wirklich eine ganz besondere Sache ist, finde ich. Weil wenn ein Trainer wie Christoph Dabrowski, das habe ich hier, glaube ich, auch schon im Talk mal gesagt, betont, so angezählt wird, mit den ganzen, mit den Schals, Dabrowski raus, etc., Spiel für Spiel, eigentlich, leider, ist es so im Geschäft, dass sich irgendwann die Verantwortlichen dem Wunsch der Kurve beugen und erwecken. Aber dass er dann von dieser, dieser, ja, nicht gemochten Figur, Hassfigur will ich gar nicht sagen, jetzt plötzlich zu Galionsfigur wird und Dabrowski-Lieder angestimmt werden, das ist nicht ein einmaliger Vorgang, aber ein sehr seltener Vorgang. Und daran hat Markus Ulich einen, nicht einen, er hat den größten Anteil daran. Und natürlich der sportliche Erfolg, den Dabrowski sich dann bedankt hat für das Vertrauen. Jetzt wollen wir in die Zukunft schauen, auf den Nachfolger blicken. Neues Gesicht in Essen, kein, war hier im Westen noch gar nicht tätig, zuletzt bei 1860 München, Marc-Nikolai Pfeiffer. Was wissen wir über den, was ist das für einer, hat sich jetzt natürlich noch nicht offiziell vorgestellt, wir können noch nicht viel über ihn sagen, aber was wissen wir? Ich habe ein bisschen rumtelefoniert, auch mit den Konkurrenten von Rot-Weiß Essen, mit den sportlichen Leitern, zu denen ich einen engen Kontakt pflege. Keiner kennt ihn, kurzum. Alle sagen, ja, alle kennen den nur so, auch, sage ich mal, von Google her. Er ist 43 Jahre alt, kommt aus Ludwigsburg, hat Betriebswirtschaftslehre studiert, ein Managementstudium dann auch gemacht. Was findet man noch über ihn heraus? Er hat bei den Stuttgarter Kickers gearbeitet, dann beim TSV 1860 München am 1. Juli 2020 angeheuert, im Februar geflogen. Was natürlich, muss man ja auch sagen, 1860 auch großer Verein, viel Tradition. Gibt es schon Parallelen. Was ich aber von einer Person, die da so ein bisschen eher Richtung Süddeutschland schaut und gut informiert ist, hörte, dass er eine gute Arbeit geleistet haben soll. Er soll Sponsoren an Land gezogen haben. Aber trotzdem gilt er, so hörte ich, ich muss ihn selbst erst kennenlernen und mir ein Bild von ihm machen, als ein, ja, als absoluter Profi, der aber auch unangenehm werden kann, wenn seine Entscheidungen nicht durchgeboxt werden. Das heißt, so ein bisschen wie EU-Licht. Da ist man vielleicht stur, wir müssen das jetzt so machen, so machen, und dann gibt es Reibungspunkte. Was gut ist, was ich als positiv sehe, soll ja kein Ja-Sager sein, oder sich belabern lassen vom Aufsichtsrat. Da muss der Vorstand natürlich auch seine Ideen entwickeln. Und dann im Bestfall, dass die so gut sind, dass der Aufsichtsrat dahinter steht und sagt, wir machen das so. Genau das, das ist eine gute Idee. Und ich glaube, der ist 43 Jahre alt, ist jetzt bei einem Traditionsclub gewesen, kommt zum nächsten hier im Westen, der wird voller Elan sein, wird seine Chance suchen, um sich hier einen Namen zu machen, und damit wir vielleicht in ein paar Monaten, ein paar Jahren vielleicht nicht mehr sagen, wer ist das eigentlich? Ja, wir sind gespannt, den kennenzulernen. Vielleicht kommt er auch irgendwann hier in den Talk. Darfst du dich hier auch nochmal vorstellen, den Fans, die werden ihn auch nicht kennen. Sie sind herzlich eingeladen, Herr Pfaffer. Ja, genau. Ob er den Talk schon schaut, wissen wir nicht, aber wir hoffen es natürlich. Mein Fragenzettel ist abgearbeitet. Ich glaube, unser Timer ist auch schon abgelaufen. Liegt dir noch was auf dem Herzen, was du loswerden willst? Ja, vielleicht eine Sache. Man liest ja natürlich auch in den sozialen Medien ein bisschen mit, auch wir Journalisten. Das ist auch immer eine Informationsquelle für uns. Und da gibt es immer wirklich die wildesten Spekulationen, wie man an so Nachrichten als Journalist, als Reporter kommt und warum man das denn so in die Welt setzt, warum man den Verein schadet. Ich will da gar nicht näher ins Detail gehen, aber hier an alle, sage ich mal, wie man heute so gerne sagt, an die Hater des Journalismus, Journalismus, würde ich schon fast sagen. Es ist niemals so, dass ein Journalist einem Verein schaden will. Wir wollen ihn weder nutzen noch schaden. Wir sind da wirklich sehr objektiv und versuchen nach dem, ja, besten Wissen und Gewissen zu handeln. Es wird keine Information einfach wild herausgehauen. Dahinter steckt wirklich eine Recherche mit einer Quelle, mit zwei Quellen, manchmal mit drei und vier. Und erst wenn wir uns sicher sind, hauen wir sowas dann auch auf den Markt oder in die, ja, weite Welt des Internets. Und wir sind nicht dazu da, dass wir die Pressemitteilung abwarten des Vereins. Natürlich ärgert das den Verein. Das sind dann so kleine Spielchen, aber trotzdem kann man sich immer ins Gesicht schauen, in die Augen schauen. Der Verein weiß, wie die Presse funktioniert. Die Presse weiß, was der Verein gerne hat. Aber wir sind nicht dazu da, um Pressemitteilung abzuwarten, weil sonst könnten wir wirklich uns hinlegen und die Arbeit einstellen. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Sehr interessante Folge, glaube ich, auch für die Fans, für die diese Nachricht sehr überraschend war. Natürlich geht es im Tagesgeschäft weiter. Am Samstag spielt RWE gegen Unterhaching. Danach hier eine ganz reguläre Folge von Hafenstraße. Die findet ihr wie immer bei watz.de, reviersport.de und bei YouTube. Lasst uns da gerne ein Abo da. Schickt uns immer Kommentare oder Fragen. Wir greifen das alles gerne hier im Talk auf. Danke dir, dass du das eingeordnet hast. Danke dir, Kira. Schalt beim nächsten Mal wieder ein. Ciao. Alles Gute. Tschüss.